Wenn Sie wollen, schaffe ich Ihnen den Schraml vom Hals. Und wie? Das lassen Sie meine Sorgen sein. Ja, ins Flugzeug nach Wien kann ich auch nicht gut einsteigen. Darauf den ja den nur erwarten, ne? Du kannst aber auf eine Nachbarinsel fliegen und von dort zurückkommen. Und wenn der Schraml nichts durchgeben kann, okay, du traust mir nicht über den Weg. Ruf deine Frau an, die kennt mich. Nein, das gibt es nicht. Sie ist aus Neunkirchen. Ja, ja. Na, ruf sie an. Und wo soll ich sie nicht sagen? Morgen Vormittag in der Stadt. Ruf mir sie an. Okay? Ja, danke. Bitte, danke.